Was heißt das auf der großen Bühne? Was nun Europa? Was nun Kanzlerin? Dazu der Kommentar von Elmar Thewissen. Angela Merkel genießt höchstes Ansehen. Auctoritas nannten das die alten Römer und meinten damit auch eine Würde, nicht ins politische Gezänk einzutauchen und einen Mut für das große Ganze auch harte Entscheidungen zu fordern. Ein anderes Wort dafür ist Verantwortung. Und genau der muss die Kanzlerin jetzt nachkommen. Und das bedeutet Grexit, wenn Regierung und Parlament in Griechenland Reformen nicht sofort beschließen und auch umsetzen. Alles andere wäre verantwortungslos, denn die Regierung Tsipras ist die institutionalisierte Verantwortungslosigkeit. Sie missbraucht die Demokratie, um den politischen Gegner zu erledigen. Per Referendum tags darauf verrät Tsipras den Willen des Volkes, um mithilfe neuer Gelder gegen Versprechungen an der Macht zu bleiben. So einem darf man erst trauen, wenn den Worten Taten gefolgt sind. Geschieht das nicht, dann Ausstieg aus dem Euro. Wohlgemerkt nicht aus der Europäischen Union. Das ist keine Erniedrigung des griechischen Volkes, sondern der Versuch, ihm zu helfen, weil dann ein Schuldenschnitt möglich ist. Die EU darf die Menschen in Griechenland niemals im Stich lassen. Aber eine Union von Nationalstaaten kann nur mit klaren Regeln existieren. Ausnahmen darf es nur so lange geben, wie sie das große Ganze nicht zerstören. Genau das aber geschieht. Die neuen griechischen Reformen, die sind inhaltlich fast die alten. Doch das Preisschild ist viel, viel höher. Bis zu 100 Milliarden Euro. Dieser Preis ist so hoch, dass dadurch eine neue Regel geschaffen wird. Verbleib im Euro grundsätzlich um jeden Preis. Wer das verhindern will, mit strikten Auflagen, wie von der Euro-Gruppe jetzt gefordert, ist kein Totengräber, sondern ein Bewahrer. Auch wenn Wolfgang Schäuble dafür beschimpft wird und manche menschenverachtende Karikatur ertragen muss. Auch die Kanzlerin muss ihr Ansehen, ihre Auktoritas riskieren. Denn wenn sie es nicht tut, riskiert sie nicht nur den Rücktritt eines Ministers und die Stabilität ihrer Regierung, sondern, und das ist das Entscheidende, die Stabilität der gesamten Europäischen Union, zu der Griechenland ohne Zweifel dauerhaft dazugehört. Der Kommentar von Elmar Thesepsen.